Hi Leute, mein Name ist Ben und auf diesem Kanal geht es darum, wie ihr in Großbritannien in Immobilien investieren könnt. In meinem ersten Video vor ein paar Wochen habe ich euch ja schon eine erste Einführung gegeben in die verschiedenen Strategien, wie man investieren kann in Großbritannien und warum es vielleicht Sinn machen könnte. In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie weiter vorzugehen ist und in welchen Bereichen in England es vielleicht Sinn macht zu investieren. Hierzu filme ich meinen Bildschirm ab. Ich möchte euch erstmal nur einen kurzen Überblick über Großbritannien an sich geben und dann werde ich euch einen Einblick in die Webseite Rightmove geben. Rightmove ist eigentlich für Investoren die Website. Ich denke mal auf Rightmove findet sich eigentlich fast jede Immobilie, die aktuell zum Verkauf steht in England, in Großbritannien und für Investoren ist es eigentlich wirklich die Website, die genutzt werden sollte. Wenn man sich jetzt England oder Großbritannien mal anschaut, dann kann man den Großraum London einmal abgrenzen. Ich würde mal sagen, von Oxford gehen wir einmal nach Osten in der geraten Linie nach Süden und dann diesen ganzen südöstlichen Teil würde ich jetzt als sehr, sehr hochpreisig einstufen. Die Hauspreise sind in den vergangenen zehn Jahren sehr stark gestiegen und aktuell geht es hier eher nach unten. Das muss man natürlich wissen als Investor. Wenn man hier einsteigt, muss man sehr viel Geld mitbringen und die Preise werden erstmal nicht steigen. Zumindest steigen sie aktuell nicht. Was morgen passiert oder in einem halben Jahr, kann ich auch nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass viele Firmen aktuell aus London eher nach Birmingham gehen. Also einige große Firmen haben hier schon ihr Hauptquartier nach Birmingham verlegt. Birmingham ist die zweitgrößte Stadt in England. So, einmal das hier sei gesagt, Südosten ist eher sehr hochpreisig. So, wenn ich jetzt nach Südwesten gehe, dann haben wir eine wunderschöne Landschaft. Hier lässt sich vielleicht gut Urlaub machen, allerdings würde ich hier eher nicht investieren, denn hier lässt sich nicht so viel Geld verdienen. Genauso die äußeren Bereiche wie jetzt Norfolk oder auch Wales. Das ist eine sehr schöne Landschaft. Allerdings ist es nicht so gefragt. Ausnahme bildet hier der Süden von Wales. Swansea, Cardiff, Newport. Große Städte, Hafenstädte, gute Verkehrsanbindung an London. Auch an boomende Städte wie Bristol. Hier ist es durchaus attraktiv zu investieren. So, wenn wir jetzt weiter von Oxford nach Norden gehen, dann haben wir den großen Bereich um Birmingham. Das sind die sogenannten Midlands. In den Midlands haben wir, ich würde sagen, mittlere Hauspreise. Ja, also wir gehen, je weiter wir von London und von diesem südöstlichen Bereich nach Norden gehen, desto günstiger sind die Hauspreise. Und das ist wirklich witzig, weil ich meine, in Deutschland habe ich verschiedene Städte wie München, Frankfurt, Hamburg, wo die Preise, oder Berlin, ja, wo wir doch in verschiedenen Hotspots hohe Hauspreise haben. In England ist es tatsächlich so, dass wir London haben und dann kommt erst mal nichts. Und je weiter ich wirklich von London weggehe, desto günstiger wird es. Natürlich gibt es hier immer ein paar Ups und Downs, aber das ist tatsächlich so, je weiter von London weg, desto günstiger. Großer Bereich Birmingham, die Midlands, wie gesagt, mittlere Hauspreise. Und hier habe ich gleichzeitig aktuell auch ein Wachstum der Hauspreise und eine relativ attraktive Mietrendite. Wenn ich jetzt weitergehe in den Norden, Richtung Manchester, Liverpool, dann ist es das Gleiche. Allerdings sind zum Beispiel in Liverpool und Manchester die Hauspreise wiederum etwas günstiger als in Birmingham. Und wir haben, da die Preise günstiger sind, die mieten aber ähnlich hoch, habe ich hier eine höhere Mietrendite. Und das ist einfach, je weiter ich nach Norden gehe, ist das grundsätzlich der Fall, weil die Hauspreise, je weiter ich nach Norden gehe, günstiger werden. Also wir haben zum Beispiel eine Stadt hier wie Newcastle. In Newcastle sind die Hauspreise seit etwa zehn Jahren nicht gestiegen. Das heißt, wenn sich hier jemand ein Haus gekauft hat vor der Finanzkrise, für 100.000 ist es heute vielleicht nur noch 50.000 wert. Das sollte man wissen. Und meine persönliche Meinung ist, gerade diese Bereiche, wo die Preise seit fast einem Jahrzehnt nicht gestiegen sind, das wird wieder nach oben gehen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und das nur mal ganz kurz so, um einen groben Überblick über den Immobilienmarkt in Großbritannien zu kriegen. Wir haben also die verschiedenen Bereiche. Als Investor, ich persönlich würde in einer der größeren Städten investieren, in einer der größeren Städte oder dem Umkreis. Birmingham ist sicherlich interessant. Sheffield, Manchester, Liverpool. Aber auch Städte wie Nottingham, Northampton. Städte wie Milton Keynes zum Beispiel sind fast schon wieder zu teuer, um eine anständige Mietrendite zu bekommen. Aber grundsätzlich auch in Newcastle oder Blackpool. Durchaus relativ arme Gegenden, aber... Oder Hull. Großartig relativ arme Gegenden, aber hohe Mietrenditen. Das nur mal als Einführung. Ich möchte euch einfach nun jetzt einen kurzen Überblick geben über die Software. Oh, nicht die Software. Die Webseite Rightmove. Denn Rightmove ist einfach das, was man als Investor hier kennen muss, nutzen muss. Und einfach die erste Adresse für jeden, der in Großbritannien investieren möchte. Und jetzt als Deutscher, Österreicher oder Schweizer kann ich mir vorstellen, viele kennen Rightmove nicht. Denn meines Wissens ist es in Deutschland nicht verfügbar oder wird nicht genutzt im deutschen oder österreichischen oder Schweizer Markt. Rightmove ist sehr transparent. Ich kriege quasi alle Infos über ein Haus über Rightmove. Wenn ich investieren möchte in einer Stadt, in England, dann sollte ich zuerst mal den durchschnittlichen Hauspreis ermitteln. Das kann ich einfach machen über Google. Der nächste Schritt wäre dann, dass ich in Rightmove gehe und mir einfach mal einen Überblick über den Markt verschaffe. Ich schaue mir jetzt zum Beispiel mal... Was nehmen wir? Wir nehmen einfach mal Newcastle. Newcastle. Und dann klicke ich auf For Sale. Denn das sind alle Häuser, die aktuell am Markt angeboten werden. Wichtig zu wissen ist einfach, dass wirklich alle Makler nutzen Rightmove. Das heißt wirklich, jeder Makler, der es nicht nutzen würde, wäre blöd. Denn quasi jeder nur Rightmove. Ich kann mir dann überlegen, möchte ich mir nur wirklich Newcastle selbst anschauen oder gehe ich auch vielleicht innerhalb von ein, drei Meilen um Newcastle herum, vielleicht fünf oder zehn Meilen. Wenn ich dann weiß, ich habe vielleicht 100.000 zum Investieren, dann klicke ich das als Maximalpreis an. Sinnvoll wäre vielleicht, wenn ich 100.000 habe, dann gehe ich vielleicht auf 110, weil ich ja möglicherweise das Haus auch runterhandeln kann. Wichtig zu wissen ist, minimal sollte 50.000 sein. Hat einfach damit zu tun, dass keine Bank ein Haus finanzieren wird, was unter 50.000 liegt. Wichtig auch zu wissen, im englischen Markt geht es nicht nach Quadratmetern. Das ist total uninteressant und kaum jemand fragt danach. Es geht nur nach Number of Bedrooms. Das heißt, eine Familie grundsätzlich geht ab drei Bedrooms los. Keine Familie ohne Kinder. Gut, das ist vielleicht ja nur eine halbe Familie. Aber Familie mit Kind wird in der Regel nach wahrscheinlich drei Bedrooms suchen. Kommen wir jetzt natürlich darauf an, an wen möchte ich vermieten. Suche ich nach Familien oder ist es mir wurscht. Ich würde jetzt mal hier No Min eingeben. Und Property Type kann ich gleich noch filtern. Find Properties. Dann als erstes erstmal den Filter setzen. Grundsätzlich haben wir hier die Detached Houses, die sind interessant. Das sind die alleinstehenden Häuser. Semi-Detached sind Doppelhaushälften. Terrace sind die Reihenhäuser. Ich persönlich würde nicht eine Wohnung kaufen. Zumindest im Moment nicht. Das ist meine aktuelle Meinung. Hat damit zu tun, weil hier Besonderheiten zu beachten sind. Mir gehört zum Beispiel das Land nicht. Ich muss eine Ground Rent zahlen an den Freeholder. Der Freeholder ist immer die Person, der das Land gehört. Und wenn ich nur eine Wohnung habe, dann bin ich nur Leaseholder. Diese Lease, also diese Miete sozusagen, wie ich, ich miete quasi die Wohnung. Ich meine, ich kaufe sie, aber ich bin nur Leaseholder. Und diese Lease kann auslaufen. Das heißt, wenn ich eine Wohnung kaufe mit einer Lease von nur fünf Jahren und das läuft aus, dann kann es sein, dass ich nach fünf Jahren ein Problem habe. Also hier sind viele Besonderheiten zu beachten. Auch grundsätzlich steigen die Preise von Häusern mehr als von Wohnungen. Was ich jetzt nicht mehr anschauen möchte, das sind die New Homes, Buying Scheme, Retirement Homes. Da gibt es einige Besonderheiten. So. Und dann bekomme ich schon mal in diesem Umkreis um Newcastle, ne gut, vielleicht ist fünf Meilen, zehn Meilen ein bisschen groß, bekomme ich erstmal alle Häuser, die verfügbar sind. Was ich mir jetzt, wenn ich auf der Suche nach einem Angebot bin, dann würde ich suchen nach Oldest Listed. Denn Oldest Listed bedeutet, es ist, ganz oben zeigt sich das Haus, welches eben schon am längsten bei Rightmove Online steht. Ich könnte aber auch auf Lowest Price gehen. Also hier hängt es einfach davon ab, was möchte ich mir anschauen. Aber Oldest Listed, das zeigt mir einfach wirklich, dass vielleicht der Verkäufer hier etwas verzweifelt ist, weil er vielleicht seit zwei Jahren das Haus nicht losbekommt. Wie ist Rightmove aufgebaut? Wie gesagt, hier oben kann ich Filter setzen. Entschuldigung. Hier oben haben wir immer die Featured Properties, das ist eher unterinteressant vielleicht. Das sind die Häuser, wo jemand mehr Geld bezahlt hat für die Werbung. Die werden gesponsert. Und ansonsten geht es hier los mit dem Haus. Oldest Listed. Ja, 90.000 knapp. Ich habe hier den Estate Agent, das ist der Makler, der das Haus verkauft für den Verkäufer mit einer Telefonnummer. Hier kann ich also direkt anrufen und fragen. Wenn ich eine Frage über das Haus habe, kann er es mir beantworten. So, dann klicke ich auf das Haus, sehe ich zunächst mal Bilder. Misstrauisch werden würde ich hier, wenn ich zum Beispiel nur Bilder von außen hätte. Keine Bilder von innen. Dann wäre ich skeptisch. Muss nichts Schlechtes sein. Kann auch ein Vorteil sein, denn viele werden dieses Haus sich vielleicht nicht anschauen. Und hier ist möglicherweise ein Schnäppchen zu machen. Grundsätzlich schaue ich mir dann die Bilder an. Dieses Haus sieht wirklich in vergleichsweise gutem Zustand aus. Wahrscheinlich muss ich hier nicht viel Geld reinstecken und kann das wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand vermieten. Komischerweise steht dieses Haus jetzt seit 2011 online. Wundert mich schon sehr. Ist wirklich sehr lang. Würde ich mal anrufen beim Estate Agent und einfach fragen, was da los ist. Schauen wir uns nochmal ein anderes an. Vielleicht einfach mal dieses hier. Three-Bedroom. Online seit 2013. Ist wirklich sehr, sehr lange. Wundert mich selbst. Aber ist vielleicht in dieser Gegend da oben normal. Kann damit zu tun haben, dass die Hauspreise seit 10 Jahren oder seit mehr als 10 Jahren nicht gestiegen sind. Und viele vielleicht dort in der Situation sind, verzweifelt zu suchen, seit Jahren ihr Haus zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Und einfach den Preis nicht kriegen. Wow. 2008. Gut. Einfach mal grundsätzlich, womit das zu tun haben kann. Das zeige ich euch. 74.000 ist der Preis. Und wir sehen hier eine Geschichte, wie die Hauspreise waren. Und das sind wirklich die Preise, zu denen das Haus in der Vergangenheit verkauft wurde. Das heißt 1998, 28.950 und in den Jahren danach immer steigende Preise. Gut, jetzt wundert es mich wirklich, warum das Haus seit dieser Zeit so lange online steht. Aber wie gesagt, das kann man rausfinden durch den Estate Agent. Grundsätzlich einfach mal zu Rightmove. Wir haben dann hier auf der ersten Seite, wie gesagt, immer die Bilder. Hier eine Description. Einfach eine Beschreibung des Hauses. Hier noch in etwas mehr Worten. Dann habe ich hier unten eine Broschüre vom Makler. Mit manchmal etwas mehr Details. Macht auf jeden Fall Sinn, sich die immer mal anzuschauen. Habe dann hier eine Map, wo ich teilweise auch Street View nutzen kann. Und direkt einen Eindruck von der Gegend bekomme. Also super, super benutzerfreundlich. Wenn ich clever bin, dann kriege ich hierüber auch genau die Hausnummer raus von dem Haus. Denn die Bilder von Google sind wirklich gute Qualität. Und ich kann hier oft die Hausnummer herausfinden. Und über die Hausnummer bekomme ich dann den Postcode. Das heißt die Postleitzahl. Und was man wissen muss, in England ist die Postleitzahl. Wenn ich die Postleitzahl kenne, kenne ich in der Regel die Straße. Denn wir haben nicht wie in Deutschland Postleitzahl pro Stadt. Sondern wir haben hier Postleitzahlen pro Straße. Wenn ich dann die Postleitzahl kenne, plus die Hausnummer. Dann kann ich sehr gut den durchschnittlichen Hauspreis ermitteln. Beziehungsweise kann ich selbst ermitteln, was ein fairer Preis für das Haus wäre. Und ich muss mich nicht mit diesem Angebotspreis zufrieden geben. Gut, das war also das. Und dann können wir noch Schoolchecker. Ist vielleicht eher uninteressant. Marktinfo habe ich euch schon gezeigt. Und wenn man dann runter geht, kann man auch einfach, was nochmal wichtig ist für den Durchschnittspreis in der Gegend, kann ich mir anschauen, was steht aktuell noch zum Verkauf in der Gegend. Vergleichbare Häuser und was, wofür wurden schon Angebote abgegeben und was wurde schon verkauft vor kurzem. Und das nun mal als erstes Überblick von Rightmove. Grundsätzlich kann man eben auch filtern nach Lowest Price. Das Featured Property ist natürlich wieder oben. Und das wäre jetzt vielleicht eine klassische Investment Opportunity. Gut. Jetzt sieht man hier nur ein Bild. Was das für mich bedeutet, ist, das Haus ist wahrscheinlich Schrott. Was nicht schlecht sein muss. Denn das heißt, ich kann, keine Ahnung, ich stecke 10.000 rein, neue Küche rein, neuer Boden, wie auch immer. Und der Wert vom Haus steigt plötzlich dann um 20.000, 30.000. Das ist grundsätzlich möglich. Und was ich dann machen kann, ist das Haus mit Gewinn verkaufen oder refinanzieren. und ich bekomme das Geld eben zum großen Teil wieder raus, was ich reingesteckt habe und kann dann direkt ein neues Haus kaufen und das gleiche wieder machen. Wenn ich mir das Haus anschauen... Also schöne, helle Bilder, aber der Teppich, schrecklich. Ja, das Bad braucht wahrscheinlich ein Refurb. Küche ist vielleicht okay. Furchtbar. Teppich. Verschrecklich. Ja, also hier könnte man was draus machen. Offers, Invite, also der Verkäufer akzeptiert wahrscheinlich Angebote im Bereich 50.000 bis 70.000. Und hier sieht man einfach mal, was möglich ist. Ja, also Newcastle, auch wenn die Preise hier nicht gestiegen sind seit vielen, vielen Jahren, ist Newcastle eigentlich eine schöne Gegend. Liegt am Meer, ein Haus für, ich sag mal, 50.000 Pfund. Durchaus attraktiv sein, ja. Also wenn man das jetzt mit Preisen in Deutschland vergleicht, ich meine, es ist ein Two-Bedroom-Haus. Ganz klar, ist klein. Hier sehe ich den Floorplan, den nicht bei allen Häusern, den ich sehen kann. Bei vielen allerdings. Und der sagt mir einfach, Ground Floor, ich komme hier rein, habe hier eine Treppe, hier habe ich das Wohnzimmer, habe ich den Dining Room, hier habe ich eine Kitchen und hier habe ich ein WC. Und auf dem First Floor habe ich dann noch ein Bedroom, Bedroom und wahrscheinlich ein Family Bathroom. Was auch mal interessant ist, einfach mal als grundsätzlich, vielleicht als Info, wo man sich schon mal anschauen kann. Ich habe hier einen Property Price von 50.000, mein Deposit ist 5.000. Das ist also das, was ich anzahle. Hier habe ich Zinsen von 2,4%. Und ich zahle vielleicht über 25 Jahre zurück. Dann habe ich monatlich mit Kosten von vielleicht 200, was heißt, so einen Raten an die Bank von 200 Pfund zu rechnen. Jetzt nur mal als Info. Nur mal, um euch das kurz zu zeigen. Da gehört viel mehr dazu, aber ich zeige es euch nur ganz kurz. Ich habe hier den ersten Teil von dem Postcode. Wir merken, dass ich 200 Pfund. Ich gehe jetzt nochmal auf Right Move. Gebe hier den Postcode ein. To Rent. Gebe mir Two Bedrooms. Find Properties. So. Was ihr jetzt sehen könnt, ist, in diesem Postcode-Bereich, was ich als Miete erwarten kann für ein Two-Bedroom-Haus. Das heißt, wir merken, dass ich zahle für dieses Haus etwa 200 Pfund an die Bank. Das war jetzt schon mit Repayment. Das heißt, ich zahle es ab. 200 Pfund. Also, ganz ehrlich, minimal. So, was kann ich an Miete erwarten? Für so ein Haus scheinbar, wenn wir mal einfach mal lowest price, wirklich die niedrigste Miete, die ich scheinbar hier erwarten kann, liegt bei 300 Pfund. Was ist die höchste? 495. Aber das ist ein Bungalow. Aber für ein Two-Bedroom-Terrorist-Haus, genau das, was wir gesehen haben, 425. Ich würde mal sagen, vielleicht durchschnittlich. Aber wenn es gut ist, scheint hier bei 400, 425 was möglich zu sein. Wenn man jetzt mit 350 rechnet, ich habe also 200 zahle ich an die Bank und 375 oder 350 kriege ich an Miete. Ist nicht schlecht. Und das heißt, das Haus zahlt sich quasi von selbst ab. Und hat einfach auch den Hintergrund, weil in England, wenn ich ein Haus vermiete, dann liegen alle Kosten beim Vermieter. Das heißt, ich als Vermieter, nee, Entschuldigung, da liegen alle Kosten beim Vermieter. Ich als Vermieter, ich zahle kein Gas, ich zahle kein Strom, ich zahle kein Wasser. Der Mieter hat die Verträge mit diesen Firmen. Der Mieter, der zahlt auch die Council Tax. Das heißt, ich zahle keine Grundsteuer. Council Tax ist quasi die Grundsteuer. Allerdings zahlt die der Mieter. Internet zahlt der Mieter. Ja, das Einzige, was ich berücksichtigen muss als Vermieter, ist möglicher Leerstand. Das ist die eine Sache. Maintenance, also Instandhaltung vom Haus, würde ich auf jeden Fall 10% zurücklegen. Und ein paar andere kleinere Sachen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich 10% dafür, 10% für Leerstimme einkalkuliere, dann ist hier grundsätzlich, kann man schon allein davon ausgehen, dass es doch grundsätzlich schon mal hier attraktiv ist. Natürlich ist hier kein hoher Return zu erwarten bei so einem kleinen Haus. Aber ich zahle ja auch nicht viel für das Haus. Und es zahlt sich quasi von selbst ab. Natürlich ist es auch kein schönes Haus, ganz ehrlich. Aber wenn ich Investor bin, dann ist es mir wahrscheinlich möglicherweise egal, wie das Haus aussieht, weil ich möchte nicht selbst drin leben. Es geht darum, wie sind die Zahlen? Und wenn die Zahlen attraktiv sind, dann könnte ich es mir überlegen. Wie gesagt, das hier war nur mal eine Einführung. Und das war einfach eine Einführung für Rightmove. In weiteren Videos werde ich euch noch andere Webseiten zeigen, werde mehr im Detail darauf eingehen, wie ich persönlich vorgehe, wenn ich jetzt mir ein Haus suche, ein mögliches Investment. Ich werde euch auch mitnehmen für Besichtigungen. Und was auch noch interessant ist, ich werde euch noch andere Strategien vorstellen. Denn das hier war jetzt ganz einfach wirklich einfach mal grundsätzlich für das einfach mal ein ganz einfaches sogenanntes Single-Let. Das heißt, ein Haus, was ich einfach nur vermiete. Es gibt natürlich noch andere Strategien, mit denen viel höhere Returns zu ermöglichen sind. Zum Beispiel HMO, wo ich dann quasi eine WG zur Verfügung stelle und jedes Zimmer einzeln vermiete, womit ich wesentlich mehr Cashflow generieren kann. Aber das hier sollte einfach nur eine kurze Einführung sein. Ich möchte es nicht viel länger machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Bitte lasst einen positiven Daumen nach oben da, damit der Kanal wachsen kann. Und bitte abonniert auch den Kanal, wenn ihr an Immobilieninvestitionen in England oder Großbritannien interessiert seid. Denn der Kanal soll wachsen. Ich weiß, es gibt viele, viele deutsche, deutschsprachige Investoren, die daran interessiert sind. Und mit diesem Kanal möchte ich einfach zeigen, dass das Risiko wirklich überschaubar ist. Ich meine, meine persönliche Meinung nur, ich kann hier auch keine und möchte auch keine Empfehlungen geben. Aber natürlich ist bei jeder Investition ein gewisses Risiko da, auch bei Immobilien grundsätzlich. Aber ich möchte einfach die Angst nehmen, die ich möglicherweise noch abhält. Denn meiner Meinung nach geht es im Euro-Raum etwas bergab. Und meiner Meinung nach wird es nach dem Brexit in Großbritannien bergauf gehen. Das heißt, jetzt ist es möglicherweise noch ein guter Zeitpunkt, wie ihr, solange auch Deutschland oder ich sag mal Großbritannien noch im Euro-Raum ist, wie ihr jetzt noch investieren könnt, vielleicht, ich weiß nicht, was für Regularien noch nach dem, wirklich nach dem, nach der Übergangsphase des Brexit eingeführt werden. Aber aktuell ist es wirklich noch sehr einfach, hier zu investieren. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich bereit, euch zu helfen. Stellt euch einfach eure Fragen. Ich kann euch auch Kontakte nennen. Ich habe ein Netzwerk hier von Mortgage Advisern, die euch helfen, euren Kredit zu bekommen. Ich kenne Leute, die euch helfen können, eure Limited Company aufzusetzen. Das kann sogar ich machen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bitte lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit der Kanal wachsen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.